gute nachrichten und schlechte nachrichten vom aktienmarkt fangen wir mit den guten nachrichten an zumindest mal der dax kommt schön in eine erholung aktuell rein und zeigt damit sein klassisches sein typisches bild nämlich was wir hier hatten das ist der dax index das ist hier quasi der fünf feller anschließend hatten wir etwas was man zweifelsfrei als korrektiv oder wackelig bezeichnen kann und anschließend das was wir vorne haben die gleiche größe noch mal das ist etwas was ich ganz gerne erwarte typischerweise nehme ich ganz gerne hier gewinne mit das ist jetzt beim index also nur als vergleich möglichkeit hier sieht man das gap das konnte man natürlich nicht handeln weil unser trigger liegt für solche situationen natürlich hier aber weil das hier so schön zu sehen ist wir können gleich im future noch mal angucken ist das ja eigentlich ein ganz angenehmes bild für den deutschen aktienmarkt und ihr habt es gesehen diese größe noch mal angelegt hier von dem tief ausgehend vielleicht auch von dem oder von diesem tief ausgehend wir laufen weiter und das ist eine interessante geschichte denn ihr seht das ja ganz häufig dass ich in dieser situation sage hier entweder gewinne mitnehmen ich bin so ein klassischer gewinn mitnehmen das ist nicht immer optimal aber das ist das teilstück wo ich sage das kriegen wir ja dann naja auf jeden fall ist ein ziemlich hartes wort aber ziemlich wahrscheinlich und alles was darüber hinausgeht ist fragezeichen denn hier wird jetzt entschieden ob das passiert oder das passiert jetzt kommt das tolle der kurs läuft weiter je weiter er läuft desto weiter sind wir gedanklich weg von irgendwie sowas weil wir sehr unsymmetrisch ist jetzt machen wir uns nichts vor der markt darf unsymmetrisch sich bewegen aber je mehr das unsymmetrisch wird desto eher ist es nicht typisch und nicht typisch heißt nicht das was wir favorisiert angucken sollten wenn der markt aber jetzt tatsächlich irgendwie so verläuft so und dann macht er vielleicht noch mal eine pause dann kommt noch mal hier eine verlängerung hinten dran denn dann sind wir wieder im fünffälligen bereich und wer sagt habe ich noch nie gesehen doch doch haben wir gerade angeguckt ich mache es noch mal groß entschuldigung ich vergesse das immer wieder hier vorne 1 2 3 4 5 das ist typischerweise so ein fünfwelliges verlaufsmuster und das gibt es natürlich im großen 1 2 3 4 5 auch ihr seht schon was wir noch bräuchten ist noch mal ein wackeliger rücksetzer manch kürzerfristiger nimmt dann noch gerne mal inzwischen long mit aber auch diejenigen die etwas längerfristig unterwegs sind die können dann sagen okay dann geht es wackelig runter und dieses wackelige ist das pandor zu diesem wackeligen sprich dass wir dann das hier hinten auch noch mal bekommen also die chancen dafür sind im moment gar nicht so schlecht und wer jetzt sagt moment mal ist das nicht der kauz der erzählt hat dax bei 8000 ja das stimmt schon aber das heißt ja nicht dass es auf einen schwung passieren muss ja entscheidend ist dass es runter geht aber wir hatten ja auch hier vorne mal zwischendurch eine pause also es ist durchaus auch denkbar dass wir zwischendurch mal wieder pausen bekommen vielleicht ist das hier sogar eher vorne schon ein fünf feller gewesen und jetzt kriegen wir hier vielleicht so eine gegenbewegung also ich kann mir das locker vorstellen wenn sich dieses bild manifestiert dann eben bis dahin viele schreiben ja dann auch in die kommentare dann rein und sagen das hängt doch alles mit der ukraine krise zusammen doch nicht mit dem chart das ist richtig das hat mit dem chart gar nichts zu tun der chart ist nur die darstellung dessen und die orientierung wir müssen ja in irgendwelchen levels ich meine ich kann auch einfach sagen ich kaufe weil es geht eh hoch ja und dann bleibst du drin bis es oben ist und wenn der kurs halt bei 8000 war dann ist ja egal der kommt ja auch wieder hoch also viele haben auch reagiert auf mein video mit 8000 haben sie gesagt ja aber das ist doch dann weltuntergang nee ist es nicht wenn der kurs hier unten ist dann geht es ja danach auch wieder hoch früher oder später dauert dann halt eine weile und wenn das dann pech haben zwei drei fünf jahre dauert es halt zwei drei fünf jahre und wenn es eben nicht so läuft sondern auch schön irgendwie so seht schon dann zieht sich das halt ist zwar immer noch ein wunderschönes kaufmuster und alles nach oben aber die spannende wird halt immer etwas länger das muss man halt wissen das muss man einplanen also ich bin überhaupt nicht drauf im sinne von oh gott wenn das passiert jemand hat immer geschrieben dann ist das das ende des deutschen aktienmarkt nein wir haben schon ganz andere sachen erlebt das ist es ganz sicher nicht natürlich werden an dieser stelle alle privaten sich schwören nie wieder vor allen dingen weil wahrscheinlich viele hier ihre position schließen wie wahrscheinlich hier viele bzw da viele ihre positionen geschlossen haben und gesagt haben nie wieder und verpassen dann den anstieg ja das ist natürlich sinnvoll hier oben sind die ausstiege irgendwo je nachdem ob ihr kürzerfristig oder längerfristig unterwegs seid so muss dann entsprechend agiert werden oder drin bleiben abwarten und sagt aber eh für die enkel die wollen irgendwann mal studieren führerschein was auch immer das behalte ich einfach die freuen sich eines tages ja werden sie wahrscheinlich denn doch das wird alles kein untergang sein also bitte die kirche im dorf lassen nur wer natürlich jetzt sagt nee nee im nächsten jahr habe ich geplant ich brauche das geld dann muss ich dessen bewusst sein dass dieses szenario was ich ja im youtube video drangebracht hatte absolut realistisch eben ist wenn auch nicht und da sind wir bei dem übergang wieder zum aktuellen bild nicht notwendigerweise sofort das ist ja klar solange der kurs hier nach oben geht schorte ich doch nicht bin ich bescheuert also hoffe ich zumindest mal unterstellen wir mal ein bisschen dass man nicht unbedingt immer bescheuert ist wenn wir sowas haben ist das allerdings per se auch erstmal nur abc und hätten wir hier den nächsten trigger für die short seite und dann könnte man einsteigen aber ihr seht das ganze ist verschachtelt man muss da gar nicht davon ausgehen so jetzt hat das gesagt jetzt passiert das sondern es ist halt immer wieder dieses wechselspiel und das hängt natürlich mit der fundamentalen situation zusammen und wenn ich ehrlich bin nein es hängt nicht mit der fundamentalen situation zusammen sondern es hängt damit zusammen wie die marktteilnehmer die fundamentale situation auffassen es gibt nämlich situation das sagen machten marktteilnehmer oh gott wie schrecklich und es gibt situationen da sagen marktteilnehmer bei mehr oder weniger die gleiche nachricht und ich kann das wirklich sagen ich bin seit 30 jahren dran an der geschichte und hat sehr viel mich auch mit diesen nachrichten beschäftigt weil quasi fast copy und paste der gleichen nachricht wie geil es kommt auf die marktteilnehmer stimmung an ob man sagt ja scheiße jetzt machen die da so jetzt ist richtig doof oder jetzt machen sie so das ist aber klasse also es ist meistens nicht abhängig davon wie die nachricht ist sondern wie die marktteilnehmer diese nachricht auffassen ob man sagt das bein ist ab aber gott sei dank erlebt oder ob man sagt kein bluterguss bein muss weg ist jetzt ein sehr makabres beispiel aber vielleicht habt ihr aus dem umfeld schon mal irgendwelche vielleicht hoffentlich nicht ganz so dramatischen beispiele gehabt wo ihr einfach seht okay man misst mit zweierlei marken genau das ist das es kommt nicht auf die nachricht alleine darauf an sondern es kommt darauf an wie die marktteilnehmer mit dieser nachricht umgehen und das kann man in den gesichtern ablesen wenn man bei denen zu hause sitzen würde oder eben an den preisaktionen das ist ja das was wir als charttechniker tun so also vorläufig sieht es gut aus für nach oben jetzt habe ich das hier so eingezeichnet bitte nicht davon ausgehen jetzt hat es gemalt jetzt passiert das genauso nur wenn die nächste abwärtsbewegung eben nur korrektiv ist naja dann ist das so und dann sind wir fünffällig und dann sind wir wieder da was ich vorhin gezeichnet habe ihr seht das ist alles ziemlich ähnlich das ist nicht ganz so sauber deshalb zeige ich das lieber beim index beim future allerdings sehen wir elemente daraus hier natürlich auch nämlich diesen anstieg dann sehen wir hier das wackelige ihr sehen wieder den fortgesetzten anstieg und so weiter also wir hatten hier keine short-signale auch wenn das hier vielleicht nicht mehr so schöne einstieg zwar auch theoretisch wackelig aber sehr unsymmetrisch muss gestehen da wäre ich jetzt nicht long gegangen an der stelle das ist für mich ein klassiker um long zu gehen aber an der stelle hier ja ich weiß gar nicht weiß sogar nachts hier irgendwann insofern hat sich das erledigt außerhalb der handelszeit aber selbst wenn ich das miterlebt hätte live hätte ich hier gesagt macht es mir schöner macht es mir deutlicher um da entsprechend einzusteigen aber ihr seht das prinzip was dahinter steckt und das ist grundsätzlich hier beim dachs future also bei denen die jetzt auch vielleicht irgendwelche anderen kontrakte cfds oder sonst was darauf handeln natürlich gleich gucken wir auf den amerikanischen markt zumindest als kurzen ausflug da sehen wir dass sowohl die abwärtsseite im großen klar im moment korrektiv aussieht als auch im kleinen das ist keine haupttrend richtung im sinne von die haben richtig bock auf verkaufen haben sie nicht bock auf verkaufen sieht so aus ja oder von mir aus auch so aus aber gut aber richtig kaufen wollen sie scheinbar auch noch nicht zumindest mal bin ich da auch noch nicht so 100 prozent überzeugt trotzdem für uns als aktion für den nachmittag hier hatten wir die situation zack wackele ich runter und noch mal die fortsetzung also ihr seht das ist gar nicht so doof wenn man sagt naja gut das was wir vorne haben da hinten noch mal ich nehme einfach mal gewinne mit das manchmal nachteilig beim dax was ich so eben gezeigt habe wäre es eher nicht so schön gewesen weil der kurs ja weiter gestiegen ist aber wenn ihr so diese mindest voraussetzung haben wollt zack und dann a b c oder wackele ich runter und dann das gleiche quasi hier noch nehmen wir den da noch mal dann seht ihr seid eben eine eins zu eins projektion eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs um so eine zielerfassung zu haben so wenn wir jetzt diesen anstieg angucken ganz so schlimm sieht er nicht aus das heißt auch hier gilt ähnlich wie das was sie beim dax gemacht habe wenn ein bisschen wackelig runter kommt da kann man noch mal ein bisschen was einkaufen gehen klingt doch super nur wenn der kurs nach dieser geschichte die ja noch nicht so super toll aussieht steil runter kommt und wackelig nach oben dann war es das vorläufig mit den einkäufen dann müssen wir damit rechnen dass wir die tiefs hier vorne auch noch mal raus schlagen also sprich dann noch mal einmal tiefer gehen also ein ewiges hin und her viele ich frage mich immer wer auf solche ideen kommt dass das mit astrologie zu tun hat oder sonst irgendwie was es ist nicht der chart der bestimmt was passiert der chart stellt das da was die marktteilnehmer machen also bitte jetzt nicht den chart angucken und sagen eingebungen das passiert jetzt als nächstes aber die marktteilnehmer verhalten sich halt nach bestimmten verhaltensmuster geht euch genauso überlegt mal wie ihr das immer macht ja abends vorm ins bett gehen noch mal zähne putzen ja macht man halt so ja genau das sind verhaltensmuster das haben wir uns antrainiert machen wir halt ja oder ja mittags gehe ich gerne was warmes essen wer sagt denn das macht man halt so ja klar das sind verhaltensmuster die wir halt regelmäßig haben da kann man sich nicht darauf verlassen manch einer ist halt lieber abends warm aber wenn ich mir die mehrheit der marktteil der esser angucke dann ist das wahrscheinlich so und genauso ist es mit den marktteilnehmern ebenfalls das heißt ich schaue mir an wie machen sie es typischerweise warum soll ich davon ausgehen dass sie es jetzt anders machen und da gibt es viele rückfragen im sinne von ja aber die situation ist doch jetzt ganz anders wenn ich ehrlich bin nicht die marktteilnehmer müssen immer auf irgendwas reagieren ob das in ukraine krieg ist ob das eine corona situation ist ob das mal eine blöde nachricht von irgendeinem unternehmen ist es sind immer irgendwelche einflüsse die dann den die bewegung los schlagen also das welche das jetzt im konkreten ist spielt gar keine rolle es geht darum ist es eine gute oder eine schlechte nachricht kommt die in einer guten oder schlechten stimmung und welche das jetzt ist nee nee das vererbt beben das ist zählt immer anders nicht notwendigerweise so also damit habe ich glaube ich alle impulse für heute gegeben der markt gibt sein sein ist dazu hoffe ich also letzte jüngste bewegung hier in den future märkten aktuell ist recht zügig nach oben auch wenn mir die insgesamtige aufwärtsbewegung noch mäßig gefällt solange es wackelig runter geht würde ich die dynamik nach oben noch mal mitverfolgen ich glaube damit liegen wir eher richtig nur wenn er eben nicht wackelig sondern steil runter geht und dann wackelig hoch also steil und dann wackelig hoch ja dann wahrscheinlich erst noch mal das wird wohl das vernünftigere bild sein soweit die indizes am nachmittag ich hoffe es hilft euch ein bisschen einerseits das verständnis ein bisschen besser hinzubekommen klar wer sich die charts nicht angucken will es ist ja niemand verpflichtet auf die charts zu gucken aber ich finde es immer nicht so schlecht zu gucken mal nach rechts und links wie machen die das okay messer in die rechte hand guck mal die haben die gabel in der linken auch mal so da ist man meistens bei einem bankett nicht ganz falsch wenn man sich ein bisschen daran orientiert wie die anderen das machen und dann mach ich mal mit wenn man dann sagt ich habe aber ganz vernünftig noch mal ganz was anderes mehr ausgedacht macht gut sein nicht notwendigerweise in diesem sinne der beispiele fallen mir jetzt nicht ein euch alles gute liebe grüße